Also mir ist wichtig, die Kampagne zu unterstützen, erstens einmal, weil ich einfach denke, dass wir da gemeinsam schauen müssen, aus der Krise ausserzukommen. Also nicht so denke ich persönlich, aber auch für das ganze Umfeld, auch in der ganzen Kultur. Also wir können ja lange Zeit nicht miteinander musizieren gekannt. Musiker sind irgendwo da stehen geblieben, wo es auch gehört hat. Und wir müssen unbedingt schauen, dass wir da wieder gemeinsam Kultur und Musik erleben können. Ja, für mich ist das Zeichen so quasi auch wie ein Lächeln. Jetzt wenn man alle den Asch genommen haben, dann sieht man eigentlich nicht, wie die Reaktion von jemand anders ist. Das ist wirklich alles ein Lächeln, was uns alle auch momentan fehlt.